Er moderiert eigentlich alles, ausser dass er BVB-Handsteller gesagt hat, dass er eigentlich alles gemacht hat. Er hat sich mal aufgeregt als die Velofahrer rumfahren, ohne das Licht anzumachen. Und dann hat er in Facebook ein Video reingestellt, macht das Licht an und pfeifen. Er hat sich wahnsinnig aufgelegt und das ist so ein geflügelt Wort geworden. Das zweite Sache, das Sie hören, ist, dass wir in Basel einen Flugplatz haben. Und der rentiert sogar. Er macht nicht so etwas wie der in Söli. Und dort sind in Basel, beispielsweise letztens, ein paar Köffer immer wieder stehen bleiben. Und dann musste man auch den Flugplatz anzumachen. Und ja, hören Sie selber, was Strafrichter Ihnen zu singen haben. Viel Vergnügen! Applaus Rücken oben miteinander! Rücken oben miteinander! Lämlich! Wollen Sie uns weiterzukommen? Hören Sie es An ecclenôr-Karfer? ano alem joue verfügelt an erрийaden? especially, bei uns noch zuторы und mit ihm. Schmeißt sie es jetzt nicht gut? Lachen Sie es nicht? Hören Sie es? Ja! Ihr habt schön, ihr habt Fasnacht. Ich esse eine arme Socke. Aus diesem Grund mussten wir auch zwei Fasen nicht abändern. Bei der BVP ist Rödi. Jedes Tramm hat bald verspöltig Will. Ein Interleischtel Trämmle Wagenzelt. Ob Fas denn endlich brauchst Geduld. Doch sind nicht nur die Trämmler schuld. Wie soll das Fahren, wenn eine Weiche die Weiche stellt? Warum lässt die Regierung jetzt vorlauten? Die Trämmle fahren auf. Da ruhtet Basler Fasnacht, es ist noch glatt. Findet nummer zwinti statt. Applaus Und da ist eben alle neue. Darum sind wir noch nicht so Text sicher. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Spicknicken. Jetzt macht auch der Bund auf Panik schlimmer als auf der Titanic. Schockt kurz Basler Fasnacht aus. Mä schlechte Laun. Da bisse Schnaps und Bier und Wein. Der größte Find vom Virus sein. Vom Ort noch drei Tage Kur. Sind Baby eh immun. Nummer zu Zürich sind sie froh. Ist der Entscheid so rausgekommen. Jetzt ist geht sie nicht allein. Mit so Geisterspiel daheim. Das ist jetzt eben da beim Lüch. Schalt doch das Licht abhöscht. Du Pfeife bist. Nicht wachen tut's. Durch Schleifen. Von Wattenwil. Sein Aufschrei geht viral. Das Pletoyer für Licht am Köppel passt perfekt. Auch für einen Köppel, der seine Beere hängt. Nur restlich das ist fatal. Sein und Ent und weissens Handbefahrt noch immer ohne Lampe. So kraftens Nummer Spar. Aus Velloha. Hallo. Ich. Aus Rau. Jeder Mann, die Punkt am Drei, Hans-Basen-Müll-Hus, Alli-Frei. Ein herrloses Stück, Gepack legt alles steh. Bestimmt stellt dort, als nun der Fahne-Zone, Wackis-Köffel an der Blumen will, der keine acht Stunden schaffen will. Man hat jetzt auch im Rothaus unten gesucht, und keinen so Kopf von gefunden. Darum bleibt es wieder rätselhaft, warum wird trotzdem keiner schaffen. Und da habt ihr ja mitgegriffen, die sich Flieger verflogen haben. Die Armherd kommt weg der Patrouille, der Swiss schießt schon mal in die Prétouille. Ja, die Geheimdienstgeschichte macht ein mulmiges Gefühl. Nämlich, als man von Bielbänken grübt, die sich gehört in die Schwader Lenken und den Fliegerbie noch mal auf Mümlingswein. Nämlich, als man von Bielbänken grüßt. Darum wird ab sofort um, verschlüsselt auch am Funk. Nur Mundart grüßt nicht, verfliegen sich die Glöhm, will sie am Herd nicht verstehen. mit einem Rollator an. in der Altersheim-Cafeteria vor. Sie zittert und quaggelt, sie schüttelt sich und staggelt, sie schlugt dort Beis und wünscht in Mai ein gutes neues Jahr. Letztemal meint Anna, sie schüttelt sich und duscht, die mal bald hundert ist. Hätt du ein Trudi denn bespücht, wenn das Schwobenland ein Kanzler sucht. Kennen Sie den Basler mit? Und jetzt? So, la, la. Als Kanton Zürich oder wieder durch Kobleni nach Basel. Oh! Ah, ja. Man muss einfach wissen, dass ein Bankenplatz die UBS und die CS praktisch neben dem Land sind. Ja, ja. Grabst ein Loch in Baselok 4. Sind Archäologen alarmiert. Und setzen die Baustellen in der Hoffnung auf Erfund. Am Bankenplatz im Schienenhof Tiert sich tiefe Abgründe auf. Doch wer bei Banken grübeln weiss, da läufst du auf Grund. Tatsächlich hat man dann dort unten graben und auch Leiche gefunden. Und der Klärung hat man gleich das mit CS, Ö, Ö, Neufossien. Es geht Kaffee ohne Koffein Und ein Wiesbohneprotein Und ein Wiesbohneprotein Und ein Wiesbohneprotein Es geht stark wie ohne Alkohol Es geht FCB-Matsch ohne Go Es gibt sogar noch Pfeffer ohne eigenes Kind Heute kannst du alles ohne Haar Das gilt auch in den USA Dort hat's ein Kopf im Weissen Haus Der kommt ganz ohne Hirn nie aus Und das bei diesen Krypto-Geschichten Das gibt's sicher auch eure nicht Da haben wir jetzt einen speziellen gemacht Den machen wir zum Abschluss Was eine mehr als eine weiss Weiss mangen andre wie Druck hat was mehr als eine weiss Auch gar kein Geheimnis zu sein Wenn auch nur einer weiss Was niemand dürfte wissen Weiss der im Grunde genommen nid Weil wenn er's wüsst Dann hat er g'schissen Weiss einen also nid No weiss kein andre mehr am end Und was kein andre wirklich weiss Das isch im Existent Ich dank Isch ändis drum Kein ganz neORD Diens längcht und ade led Und zde montpan Ihr weiss von ii Denn ich starb um das Rot.